Hallo RTL! Ich wollte mich mal bei euch bewerben und zwar für Fressen um die Welt. Ich hätte so ich möchte, weil ich gibt es hier bei Facebook seit Jahren schon versucht, irgendwie Entertainment zu machen und berühmt zu werden. Ich habe mir auch Follower kaufen müssen, aber das ist ja egal. Aber ich habe den Erfolg, den wünschten Erfolg habe ich noch nicht geschafft. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich mal jetzt bei euch so, weil ich fresse jeden unterm Tisch. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen zum Aufwärmen, habe ich hier in der Elstner Uni die komplette Mensa leer gefressen, samt Schweineimer. Ja, das ist für mich kein Problem, ich wirke mir alles runter. Ich meine, momentan ist meine Existenz so dermaßen bedroht. Es wird eng für mich und ich muss, jetzt muss ich schon hier so bittige Dosen und Dosenbudeln fressen. Ich bin ein richtiges Tier, wenn es uns fressen geht. Ich kann da manchmal, wenn ich beim Fressen ein bisschen vormisch. Was aber! Ja, du mich auch, Micha. Was? Neun ist mir vorgegangen. Also, ihr seht, ich bin eine richtige Federmaschine beim Fressen. Ich schwarz auch sehr gerne. Vielleicht kann ich da irgendjemanden mal hier werbenmäßig machen. Was weiß ich hier. Gut und teuer vielleicht. Hm! Gut und teuer schmeckt am besten! Gut und teuer schmeckt am besten! Ich bin eine Maschine. Ich fresse jeden unter dem Süßen. Ich weiß nicht, wer haucht. Moment mal kurz, ich muss mal kurz hier reinbeißen. Moment, ich zeig euch mal eben was, damit ihr Bescheid wisst, RTL, passt mal auf. Hier könnte ihre Werbung stehen, ich bin so praktisch sowas wie eine wandelnde Liffersäule. Auch hier hinten ist sehr viel Platz. Also ich wäre für Sponsoren, können sie sich bei mir bewerben. Dann suche ich einen Metzger, weil ich suche jemanden, der eine Wurst zerstellt mit meinem Gesicht drauf. Und ich weiß nicht, was ich nicht, was ich es hier gut als ich jetzt. Ich weiß nicht, was ich hier gut als ich jetzt bin, ist. Nettel, nack, 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 nack. Möge machen die, wua, 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 wua. Nackel! Möge machen! Nack, nack! Entschuldige, das ist das böse Ich, was manchmal bei mir durchkommt. In meinem Kopf leben so viele Stimmen. Mein Name ist Lady Ron, wir sind viele. Also RTL, ihr könnt euch mal mehr bewerben. Potenzielle Werbepartner, könnt sich auch mal mehr bewerben. Denn ich und meine 300 Admins und meine beiden Anwälte und meine kloputzende Pispaschen. Und wir sind ein stabiles Team und wir erwarten eure Aufrufe, E-Mails und wir werden uns dann gegebenenfalls bei ihnen melden. Also man kann nicht mieten, mein Popo, meine Wampe, meine Seitenflügel, ne, meinen Rücken. Also ich hab ordentlich Fläche zu bieten und da könnt ihr ordentlich Werbung drauf machen. Ja und wie gesagt, ähm, Herr TL, ich fresse jeden unterm Tisch, egal wer da kommt. Und ich bin eine, eine, ein Mähdrescher, nur ohne Räder. Und deswegen, ähm, ja, manche, manche, ich hab ja auch schon Kampfnamen, also eigentlich zwei. Die perverse Pudding-Balze, ne, die tollwütige Pudding-Balze und der andere Name, da sind wir noch am Ausfall. Also ich, ähm, ja, es ist auch schon vorgekommen, dass ich einen kompletten, einen kompletten Tisch mitgefressen habe. Samtbein. Also es sind noch nicht mal Sehgeschwede übergeblieben. Mein Hunger ist so immens groß, so wie meine sexuelle Lust. Vielleicht wäre ich auch was für, nur die Liebe zählt, von Dino Wanders, oder wie das damals heißt. Würde ich auch machen. Ich bin ja so sexuell dabei, das glaubt kein Mensch. Also ich kann fressen und ficken. Wer mich dafür buchen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Und dann, bis dahin, eure Pierschi, die Arschgefickte.